Hallo und herzlich willkommen liebe Pianofreunde zu einem neuen Videoblog hier auf meinem Kanal The Taste of Piano. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und euch in diesem Video mein neues Projekt Mr. Pianomans Kinderliedergarten etwas näher vorstellen. Ich hoffe ihr bleibt dabei und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Der ein oder andere von euch, der mir auch mitunter auf Facebook folgt, der wird es vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich im letzten Jahr stolzer Vater einer kleinen Tochter geworden bin. Genau gesagt ist meine kleine Tochter, meine Prinzessin Lea, wie ich sie immer liebevoll nenne, am 1. Oktober 2015 auf die Welt gekommen und lieferte mir sozusagen auch die Initiative für mein neues Kinderliederprojekt. Angefangen hat alles damit, dass ich meiner Tochter zur Geburt ein ganz besonderes und vor allem ein persönliches Geschenk machen wollte, das sie auch später mal an ihre eigene Kindheit zurückerinnert. Und so entstand im Laufe der Zeit die Idee von meinem eigenen Schlaflied, wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst, das ich für sie komponiert habe. Ich habe anfangs überhaupt gar nicht daran gedacht, das Lied auch öffentlich zu machen und in einem Video hier zum Beispiel auf YouTube zu veröffentlichen. Aber nachdem das Lied dann fertig war und ich es einigen Leuten gezeigt hatte, habe ich so ein tolles Feedback erhalten, so viele positive Reaktionen auf das Lied. Da habe ich mich entschlossen, dann auch doch mehr aus dieser Idee zu machen. Für mich stand eigentlich schon relativ früh fest, dass ich zu diesem Lied auch ein besonderes Video machen möchte. Und zwar kein normales Mr. Piano Man Video, so wie ihr es vielleicht sonst kennt, sondern ein Video, das speziell eben kleine Kinder auch anspricht. Also in dem Fall eben ein Animationsvideo. Jetzt bin ich leider selber nicht so sehr gesegnet mit zeichnerischem Talent und habe daher auch dann die Unterstützung von außen gebraucht, um dieses Vorhaben zu realisieren. Ich habe mich im Internet etwas schlau gemacht und bin dabei bei meinen Recherchen auf Cheryl Lee gestoßen. Das ist eine Grafikerin aus Asien. Und ja, Cheryl habe ich von meinem Vorhaben erzählt und sie war auch sehr schnell begeistert von meinem Song, den ich geschrieben habe und meinte auch, dass sie mich bei diesem Vorhaben sehr gerne unterstützen würde. Cheryl hat mir dann die ersten Illustrationen angefertigt und gezeigt und da war ich schon richtig, richtig begeistert. Ja, und dann ging es eben noch darum, diese Illustrationen auch ein bisschen zu animieren, dass das Video nicht ganz so statisch würde. Ja, und herausgekommen ist, wie ich finde, ein sehr liebevoll gestaltetes Video, das, denke ich, nicht nur den Kids Freude bereiten kann. Ich werde des Öfteren gefragt, ob ich die Vocals bei meinem Schlaflied selber eingesungen habe. Muss daraufhin leider immer antworten, dass ich selber nicht mit einer so tollen Stimme gesegnet bin, aber ich habe natürlich mit meinem Sänger von Unique, Achim Beutler, einen tollen Sänger an der Hand, der gern bereit dazu war, seine Stimme für dieses Lied herzugeben. Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst, werden die Äuglein langsam schwehen und die Sterne hoch am Himmelse leuchten über dir heut'nach. Hoch am Himmel wacht ein Engelein über dich und deinen Schlag. Mach die Äuglein zu und träume süß, sagt der Welt jetzt gute Nacht. Wie ihr wisst oder wie ihr seht, habe ich einen eigenen YouTube-Kanal für das Kinderliederprojekt gegründet und natürlich soll es da auch weitergehen mit neuen Kinderliedern. Zum Teil wird es Kinderlieder geben, die weiterhin von mir geschrieben sind und ich möchte aber auf dem Kanal künftig auch Klassiker unter den Kinderliedern veröffentlichen. Alle meine Entchen ist schon oben, habe ich schon hochgeladen. Und ja, Ziel ist es einfach, dass der Kanal ebenfalls wächst und vor allem, dass ich vielen Kindern mit meiner Musik eine Freude machen kann. Das war's auch schon mit meinem kleinen Videoblog zum Thema Mr. Pianomans Kinderliedergarten. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald mal wieder reinschaut bei mir. Es wird auch bald wieder neue Pianoman-Videos geben. Und um die Zeit etwas zu überbrücken, habe ich euch am Ende noch mein Originalvideo verlinkt zu meinem Schlaflied, Wenn der Mann im Mond das Licht ausknipst. Schaut doch mal rein auf meinen Kanal. Und wenn ihr kleine Geschwister habt, wenn ihr selbst vielleicht schon kleine Kinder habt oder auch wenn ihr Großeltern seid und eure Enkelkinder kommen mal wieder vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal meinen neuen Kanal besucht und mir dort auch einen netten Gruß hinterlasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017